Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, danke liebe Kollegin Kofbinger für den Hinweis auf den Internationalen Frauentag. Das war ja auch eine sozialdemokratische Idee damals. Gefordert wird die Einsetzung einer Werbe-Watch-Group. Ich gehe jetzt mal nicht auf die ungeheure sprachliche Schönheit dieses Begriffes ein. Vielleicht können wir daran ja auch noch mal arbeiten. Wir hatten ja heute schon ein bisschen Germanistik hier im Hause. Das wäre auch noch mal ein Betätigungsfeld. Sexistische Werbung ist ärgerlich. Sie ist in ihren Auswirkungen schädlich. Insofern ist es nicht bloß eine Frage von gefallen oder nicht gefallen. Und im Übrigen sind auch durchaus Männer davon betroffen. Denn es geht darum, dass bestimmte Stereotype, Zuschreibungen den Geschlechtern gemacht werden. Das kann zum Beispiel auch Gewalt, gewalttätige Männer in der Darstellung sein. Wer sich hier stark engagiert, ist ja auch die Initiative Pink Stinks. Die möchte ich mal erwähnen. Die finde ich auch sehr unterstützenswert. Da geht es um das berühmte Überraschungsei, das dann plötzlich rosa Pferdchen drin hat für Mädchen und anderes für Jungs. Auch das fällt alles in diesen Bereich. Ich hätte auch nie Telefon bei Alice bestellt. Muss ich sagen, das ist ja auch immer eine Möglichkeit, die wir haben, solche Werbung dann dadurch zu bestrafen, dass man schlichtweg nicht auf sie eingeht und diese Produkte dann nicht kauft. Die Thematisierung ist wichtig. Es geht ja auch immer um die Kinder, die hier in einer Phase, wo sie sich damit noch gar nicht so aktiv auseinandersetzen können, bestimmte Bilder in den Kopf getrichtert haben. Ich finde es da allerdings auch sehr sinnvoll, immer mal darüber zu reden und zu sagen, warum kaufe ich das denn nicht. Na, die Werbung hat mich geärgert. Na, warum denn? Damit kommt man weiter, ist zumindest meine Erfahrung. Wir haben als SPD eine Beschlussfassung zu dem Thema. Die Bundesfrauenkonferenz hat 2012 beschlossen, dass eine unabhängige Kontrolle außerhalb des Werberates eingeführt werden soll, die auch Sanktionen beinhaltet. Das wurde allerdings eher auf Bundesebene angesiedelt. Wien ist natürlich interessant. Nun denke ich, wir müssen nicht unbedingt alles das, was die Expertinnen dort schon ausgearbeitet haben, hier von Expertinnen auch noch mal ausarbeiten lassen. Ich vertraue den Wienerinnen, dass sie das alles wissenschaftlich sehr gut gemacht haben. Ansonsten ist der Antrag ja relativ allgemein, Grupp einrichten. Und was sie aber nun genau tun soll, ja, Experten sollen sich austauschen, das sind alles eine ganze Menge Fragen. Auch die Finanzierung ist eine Frage, die wir dann, glaube ich, wohlwollend im Ausschuss diskutieren und dann zu einer Beschlussfassung führen können. Danke.